Ich mache jetzt ein Video. Ja, ist das Video? Hallo, das Video. Reis? Ja. Und hier? Ja. Nein. Nein, scharf nicht. Kannst du erklären, wie du das gemacht hast? Oh, das ist in einem Mal schwer. Ich habe nur gebraten mit verschiedenen Paprikapaste und Gemüse. Ja. Das ist super für Boki. Ja, super für Boki. Oh. Das ist super. Was muss da rein? Das muss ich jetzt schütteln. Das ist alles. Ja, es sieht nicht so gut aus. Doch! Wenn man so macht, dann in andere Schüssel. So. Das ist das beste. Prima! Das ist gut. Okay. So. Untertitelung des ZDF, 2020